Bevor wir Ihnen zeigen, wie Sie Quiz erstellen, möchten wir Ihnen Aufgaben vorstellen, die uns auch als Inspirationsquelle dienten, um eine ähnliche Syntax für Quiz und Umfragen zu entwickeln. Der von GitHub entwickelte Markdown bietet eine sehr intuitive Möglichkeit, Checklisten oder Aufgabenlisten zu erstellen. Es ist im Grunde eine Liste, in der die Klammern verwendet werden, um Checkboxen zu symbolisieren. Und durch die Verwendung eines Groß- oder Kleinbuchstabens X ist es möglich, eine Checkbox als aktiviert zu markieren. In Lya-Skript ist es jedoch möglich, dass der Benutzer diese Zustände manipuliert. Und sie bleiben erhalten, wenn Ihr Dokument in Version 1 oder höher vorliegt. Falls Sie sich fragen, woher das Skript in Lya-Skript kommt. Wir wollten Dokumente interaktiver machen, indem wir nativere Unterstützung für die Skript-Erstellung einbetten. Die Kodierung wird in Zukunft zu einer wesentlichen Fähigkeit werden. Warum also nicht direkt die nativen Fähigkeiten statischer Dokumente und ihrer Elemente erweitern? Skripte können entweder separat ausgeführt oder an Aufgaben, Quiz-Umfragen und Code-Snippets angehängt werden. Das Beispiel sieht im Moment vielleicht etwas seltsam aus, ist aber nur als Demonstration gedacht. Sie können Skript in Lya-Skript verwenden, wenn Sie möchten, dies ist jedoch nicht erforderlich. Wenn Sie also den Status der Aufgabenliste ändern, wird das folgende Skript ausgeführt und das idInput-Makro wird durch die aktuelle Eingabe ersetzt. Output ist gleich Task-See sagt, dass das Ergebnis unter dem Thema Aufgaben veröffentlicht wird. Somit wird jedes Skript, das ein enthält, addInput-Tasks auch nachträglich mit der geänderten Eingabe ausgeführt. Task-Listen erzeugen einfach ein Ray mit Bullation-Werten. Je nach Eingabe können Skripte unterschiedliche Ergebnisse erzeugen. Es ist sogar möglich, Lya-Skript-Code zurückzugeben, der analysiert und dynamisch gerendert wird. Wenn eine leere Zeichenfolge oder undefiniert zurückgegeben wird, ist das Skript für den Benutzer nicht sichtbar. Wir werden alle Lya-Skripting-Fähigkeiten und Features in einem späteren Kapitel detaillierter beschreiben. Wenn wir über das Einbetten von Skripten sprechen, die eine Art Berechnung, Datenanalyse und so weiter durchführen. Warum sollte dies nicht auch für den Benutzer sichtbar sein? Wir alle wissen, was passieren kann, wenn sie keinen Zugriff auf Primärdaten und den Code, mit dem sie analysiert wurden, erhalten. In Lya-Skript können Sie diese hervorgehobenen Elemente mit abgerundeten Ecken, die das Ergebnis eines Skripts darstellen, einfach per Doppelklick oder Doppeltab inspizieren. Der Benutzer kann sie manipulieren und die Ergebnisse beobachten, indem er einfach den Code ändert. Wenn der Editor geschlossen wird, wird der Code neu ausgewertet. Der Benutzer kann sie ausgewertet.